Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Er war im Abstiegsjahr 2021 einer der wenigen Lichtblicke auf Schalke. Mehmet Can Aydin schaffte unter Trainer Dimitros Kramotis den Sprung von der U19 zu den Profis. Nach sechs Bundesliga-Einsätzen kam der Defensiv-Allrounder in der Zweitliga-Hinrunde 14 Mal zum Zug und steuerte überwiegend als rechter offensiver Verteidiger aufgeboten ein Tor und eine Vorlage bei. Die sportliche Leitung umrufen Schröder ist sich deswegen auch noch einmal sicher. Aydin ist schon jetzt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und soll auch einer bleiben und das langfristig. Deshalb will Königsblau seinen zum 30. Juni ausrufen Vertrag nach Sport1-Informationen schnellstmöglich verlängern. Die Gespräche mit der Spielerseite laufen. Doch natürlich ist auch ein bisschen die Frage, was will denn Aydin? Der 19-Jährige spielt seit acht Jahren auf Schalke. In den 40 voll mit dem Klub. Nach Sport1-Informationen liegen ihm aber nun auch reizvolle Angebote aus dem europäischen Ausland vor. Mit dem FC Brentford, Real Bittis, RSC Anderlecht, OEC Lille und Olympique Marseille sowie Parma Kaltsch aus der 2. Italienischen Liga zeigen gleich sechs Vereine konkretes Interesse an Aydin. Sport1 weiß, der U20-Nationalspieler Deutschlands will noch in diesem Monat eine Entscheidung fällen. Die heiße Phase der Verhandlungen bricht somit an. Und ich hoffe, dass er bleibt und ich denke auch, dass er bleibt. Alles andere würde mich schon sehr stark verwundern. Schalke oder besser gesagt Schröder und Gramozis wissen, was sie an dem Jungen haben. Aber auch Aydin weiß selber, was er an Schalke hat. Und deswegen fände ich es jetzt vollkommen falsch, wenn er den Verein auch immer schon verlassen sollen würde. Weil er muss auch erstmal selber sich durchsetzen in so einem jungen Alter, was er noch hat. Er muss immer noch deutlich besser werden. Deswegen pendelt er aktuell zwischen Bank und Startelf, weil er immer nicht unangefrochener Stammspieler ist. Und wenn er das ist, dann ist vielleicht das europäische Ausland mal irgendwann eine Option. Aber vor allen Dingen auch, solange er das noch nicht ist, fände ich es sportlich irgendwie komisch, wenn er gehen sollte. Und auch menschlich, weil er ja jetzt auch ein paar Mal betont hat in Interviews, wie wichtig ihm Schalke ist, wie sehr er an den Fans hängt, wie sehr er am ganzen Klub hängt. Deswegen würde mich alles andere als eine Vertragslängerung schon überraschen. Aber gut, wir sind im Fußballgeschäft, da kann dann auch doch immer wieder alles passieren. Eure Meinung zu Memo Aydin und seinen möglichen Auslaufen im Vertrag, wenn er denn nicht verlängert wird, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.